Eine komplett schwarze Variante machen? Mann, ihr werdet das nie aufgeben, oder? Gut so, denn wir haben es gemacht. Und das ist wirklich eine unserer coolsten Varianten bisher. Lasst mich euch erzählen, wie wir dazu gekommen sind. Zuerst haben wir unsere Colt und Diegel-Modelle, die beide über eine Laufentriegelung und ein abnehmbares Magazin verfügen. Und die ersten Fidget-Blaster ihrer Art waren wie einen Hülsenauswurf enthalten. Dann haben wir unsere beiden Glock-Modelle. Eines mit einem Einzelschussmechanismus, der beeindruckende Schussfähigkeiten bietet, sowie einem hinzugefügten Schalldämpfer für die Ästhetik. Und eines mit automatischem Rückstoß, sowie Projektilschuss und Hülsenauswurf, die sich perfekt ergänzen und insgesamt für eine geschmeidigere Funktionalität sorgen. Nicht zu vergessen unser USP, der den befriedigendsten Rückstoß hat und alle diese Funktionen bietet. Und natürlich unser neuster Revolver mit einem Sechsschusszylinder und simultanem Hülsenauswurf, der zu noch intensiveren Spielkämpfen führt. Nun aber der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Vielen Dank.